Willkommen zurück zu Let's Play. Tales of Crisis F im letzten Part hat Espel sich entschieden, nun Lord zu werden, oder eher gesagt Fürst, als ein Ritter der Ritterakademie. Und wir begeben uns jetzt ins Arbeitszimmer, um den Bericht zu lesen. Das ist eine nette Escorte für Rhetorik. Nette Escorte. So. Oh. 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 Habt ihr von den Royal Knights gehört? Das ist schon mal nicht so gut. Ich glaube, wie wir mit Fendel beschäftigen. Was planst du? So soon? The enemy is still recovering from today's battle. The timing is perfect. For the sake of Lant, we must not fail. We shall begin preparations at once. I want to be a part of this fight, Asbel. I want to help drive Fendel from my home. Sheria, I... I want to go too. Thank you. Thank you both. We'll leave as soon as preparations are complete. I want to make sure we reach the cavern before nightfall. I'll be ready. So, Sheria is also wieder in der Gruppe. So wie wir sie bislang aufgestellt haben. Und jetzt sollen wir uns zur Hölle begeben. Und ich hoffe, dass jetzt auch alles klar ist. Mit der... Mit dem Skit. Ja, ich hoffe es. Also der Mixer ist voll. Komm, geh raus. Bring was hergestellt. Hoffe ich mal nicht. Wie viel ist Kart unsere Waffe eigentlich? Ich glaube, der hat immer noch zu viel, obwohl es jetzt Katana ist. Ich glaube, das war maximal immer noch 8. Komm, lass uns kämpfen. Sehr gut. Fliege schnackt ist immer gut. Das hat, glaube ich, gerade reingehauen, der letzte Schlag. So. North Land Road folgen bis zur Szene und dann brektracken zum Land Hill. Ich meine, wir sehen jetzt auf der Karte, wo wir hin müssen. Aber... Ja. Mal gucken. Den Bär nehme ich noch mit. Ja. Warum musst du dich einmischen? Don't go on Sherrya. Ah, ich liebe diese Kombos. Manche Schläger hauen so heftig rein. Ausweichen plus 5 für Sherrya. Ausweichen ist immer gut für sie. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Jetzt haben wir hier ja eine Abzweigung. Sofie. Sofie. Don't wander too far. All right. Why do you call her that? Uh, I don't know. She needs a name, right? Even though we have no idea who she really is? Look, I'm just... You need to come back to reality. Everything has changed since... Since then. You're right. It has changed. Sophie's dead. My father's dead. Hubert got adopted by some guy in Strada. Oh, and my oldest friend treats me like a total stranger. And has apparently given up on smiling. Look, I know this is all my fault, okay? That's why I decided to stay. What do you call this flower? It's a Soferia. That's where we got the name Sophie. Sophie. Asbel calls me Sophie. Sorry. I should have asked you first. No, it's fine. Please, call me Sophie. I like this flower. It feels warm and familiar. It makes me happy to be named after it. If you like it, why don't you grow another one? Here, take this. It's a Soferia seed. This will turn into a Soferia flower? When we get back to the manor, you can plant it in the flower bed. All right. Kiss in der Höhle, Grenze von Fendel. Hier geht es nicht lang. Ja, ich muss da lang, aber... Wo ist denn Skid? Ich meine, nach dieser Szene hieße es. Soll ich backtrack zu Lound Hill? Ach, das ist... Lound Hill ist ja, bevor man jetzt zu Lound Bühel da hochgeht. Das war doch Lound Hill, oder? Beziehungsweise, ja. Ja. Komm schon. Dann bleiben. Dann bleiben. Go ahead. Just shoulder the blame all by yourself. What's wrong? Nothing. I'm just... I'm just irritated. Irritated? It's kind of like being angry. But... You're cute, Sheria. Where'd that come from? When I asked Asbel, he told me to say it to you. Hey, Sophie. Will you tell Asbel something from me? Sure. Tell him to butt out. Butt out. Right. Ah, das ist doch einer der Zusätzlichen. Man muss zwar dafür backtracken, aber wo man's wissen, wenn man kann, wenn man's nicht weiß. Aber es ist einfach nur genial. So kleine Details und schöne Interaktionen. Ah, ich liebe Tails aufs Spiel. Allheilmittel dran. Ich glaube, so lange kann ich das aus dem Mixer rausnehmen. So, Trank des Lebens muss noch drin bleiben. Verteidigung steigt. Crears Verteidigung. Ja, brauchen wir momentan ja nicht alles. Ja, dann nehmen wir mal... ...wenn die Kapierung der Gruppe unter 30% ist. Das passt doch. So, nächstes Skit. Hier runter gehen. Und dann mein Gang. Und Turtles. Könnte ich meine Elbezüge ja sowieso erstmal wieder hochpushen. Erstmal gucken, haben wir was zum Durleisen. Und gucke ich eigentlich mal hier lang und gehe nicht gleich auf neu. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich ja jetzt... Warum habe ich noch das Langschwert? Langschwert und Wurfmesserpump... Wut? Oh. Wurfmesserpump 1 kann ich so nicht nehmen. Ähm... Warum kann ich... Ach, weil es schon plus 1 ist, ne? Ah. Link und recht, die Upgrade bringt mir nichts. Äh. Ich vergesse mal. Ich vergesse mal einmal draufzudrücken, wenn die was sagen. Halt, habe ich ein Glück. Magische Karte Nummer 4. Ja. Gareth's Karte. Ich schalte dann mal meinen Limiter... äh... ja. Limiter aus. Oh. Direkt hierher kommen Karte bekommen. Nice. Ich meine, ich habe schon so viele Karte verpasst, aber... Ich weiß nicht, ob ich die irgendwann sammeln werde. Wahrscheinlich eher nicht. So, das ist die Seaside-Kavern. Ich kann nicht glauben, dass ich hier noch nie gewesen bin. Er sagt, ich, nicht wir. Niemand hat uns noch gesehen. Gut. Lass uns den Weg halten. Jetzt komm mal. Wir sind fast zu... Hupsi. So, warte mal. Ähm... Caesar-Kavern on entering. Muss ja hier irgendwie... bald was auftauchen. Sehr anfällig gegen E-Arts. Mollen wir doch mal. Sehr, sehr anfällig. Ah, sehr anfällig gegen E-Arts. Mollen wir doch mal. Das freut mich doch. Nicht mal wieder meine Arts raushauen. Hat er sich grad dupliziert? Oder habe ich das nur gesehen? Ich glaube, das habe ich nur gesehen, oder? Ja. So. Krias Angriff plus drei und erste Hilfe verbessert. Zieht Aspil sein Schwert entfesselt seine verborgene Energie und aktiviert die Standhaftigkeit. In diesem Zustand kann er aber nur eine begrenzte Trefferzahl hinnehmen. Sobald möglich solltest du X drücken, um dein Schwert wegzustecken. Und es dann erneuert ziehen, um den Zähler zurückzusetzen. Ah, okay. Ey, ich guck grad noch mal die Skidliste an. Soll ich jetzt noch mal raus? Weil dieser Skid ist nur möglich, weil man jetzt noch mal gebacktracked hat. Und dann sollte man, äh, äh, und diese Szene da gesehen hat. Und dann sollte am Eingang dieser Höhle eigentlich noch was kommen. Und für mich ist der Eingang entweder, wenn ich vorstehe, oder direkt reingegangen bin. Ah, dazu musste ich halt den Skid von eben sehen. Ah, jetzt ist der Gegner wieder da. Du, nichts, Carsten. So, ein Level für uns. Steckt Espel das Schwert weg, kann er KP wiederherstellen. Das ist nice. Und je nach der Anzahl der von ihm mitgezogenem Schwert gelandeten Arz und seinem aktuellen P-Verteidigungswert. Nutze die Vorteile des Ziehens, Standhaftigkeit und des Wegsteckens, KP-Wiederherstellung, um in jedem Kampf das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das sollte ich mir merken. Wird wahrscheinlich irgendwann Standardkampfmethode. Ah, benutzen wir halt mal wieder welche. Wenn wir drei bekommen, können wir auch drei verwenden. Oh, das sieht doch mal echt nice aus. Wie trifft mich das bitte? Ich mein ja nur. Okay, gut. Das sollte uns zumindest ein bisschen Zeit geben, richtig? Ah, hier. Alles okay. Ja, das ist der. Sehr schön. Ein Charrier. Titel. Warum bin ich Status? Hä? So. Gereifte Freundin. Nimm den. Alles okay. Alles okay. Being in a place like this, sure doesn't live my spirits. Hey, Asbel. I just told Sharia that she was cute. And she said that you should butt out. What? You told her that? Come on, I was just kidding around. She was already irritated when I told her. Sharia's been angry ever since we met in Barona. Huh, feels like everything's collapsing around me. Is it? Nothing seems to be falling apart. Everything is intact. Yeah, Sophie, das verstehst du noch nicht so ganz. Yay, ab ins Wasser. I didn't think we'd actually have to swim through this place. I'm all wet. Are you cold? If it's too much, take Sophie and head back to Launt. Don't worry about me. I'm the one who asked to come, remember? Or were you just thinking that maybe I'm in the way? I don't know. Do you even really want me here? If not, you should just say so. No, I didn't say that. I'm actually really happy you're here. I just don't want to push you too hard. I couldn't stand it if something happened to either of you. Sharia, you were wet too. I'm gonna bring out my clothes. So turn around. Oh, right. Alright. Eintauchen. You know, there may be other points in this cave where we have to swim under water to keep moving forward. Okay. Let's make sure we don't miss anything. We'll move slowly and carefully. You okay, Sophie? And Sharia, you should be careful not to catch a cold as well. Hey, don't stare at me like that when I'm all drenched. Sorry. Tja. Wieder mal so. Ah, wann reden Sie sich denn endlich mal aus? Denken wir nicht, ja. Reisbärchen gekocht. What the fuck kriege ich hier die ganze Zeit ab? Huh? Ja, doch. Die, die, die. Verdoppel sich. Das ist doch nicht cool. Let's keep moving. So, dann haben wir P-Angriff für Sophie. So... Sophie? Ne. Doch. Doch, Sophie. Ich hasse unterschiedliche Wege. Jetzt können wir hier nochmal reinspringen. Ich werde hier nämlich eigentlich nichts verpassen. Da haben wir eine Truhe. Ist doch schon mal gut. Eine Sache weniger verpasst. Stahlscheide. Das ist nochmal ein bisschen besser. Nehmen wir. Und zurück. Ich werde, glaube ich, nie richtig ins System des Kampfes so reinkommen. So von wegen Gegner, diese Schwäche, diese Schwäche. Wie setze ich sie ein? Weil ich noch nicht so weiß, was ich denn jetzt genau machen muss. Alle in der Art. Anfälligkeit, das ist gut. Das ist gut, aber hör auf zu blocken. Ja. Jetzt! Nein, jetzt! Wir wollen runter. Jetzt! Jetzt! Nein, jetzt! Nein, jetzt! Nein, jetzt! Nein, jetzt! Elf wird mir egal. So, wir erlernen Standhaft. Leute. Könnt ihr mir mal sagen, wie ich denn sehen kann, was diese Sachen am Titel dann halt bringen? Elf, krankt C. 300 Elf wird regeneriert. Ah, okay. Weil, ja. Ah, jetzt können wir 180. Oh. Oh. Ich glaube, das können wir mittlerweile auch rausnehmen. Oh, 360 L, oh Gott, so der. Ich glaube, ich nehme das Eisenkraut einfach mal. Ja, weil, wenn ich das nachgucke, im Status, keine Ahnung. Ich habe es ja schon einmal erwähnt. Ich weiß noch nicht, ob jemand geantwortet hat währenddessen, weil ich halt gerade im 11. Part der Aufnahme-Session bin. Oh, schon wieder vergiftet. Ich glaube, das Flaumding soll ich rausnehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass ich wirklich mal rausnehmen. Ja, ich will schuhe. Ja, einfach raufballern. Einfach raufballern. Ich glaube, das sind alle von ihnen. Level Up for Cherrier. Sind wir jetzt 15 oder 16? 15. Ach, ist das nicht eine schöne Aussicht? Ich liebe diese Spiele. Spielereihe. Drei Drang des Lebens. Alter, wie viel soll ich denn noch benutzen? Einfach mal in grün. Ah, ich kann irgendwie nicht aufhören. Hilft mir. Ich finde das Spiel so awesome. Naja, was soll's. Ich glaube, nach der Nachtgibshafen-Party habe ich auch. Habe ich die für drei Wochen aufgenommen. Meine Güte. Nicht gerade wenig. Wenn ich mein Schwert in die Scheide tue, dann hör auf, mich zu unterrumpen. Danke. Mehr Geld. Ja, und die Wirkung heißt Geld. Das ist schon mal gut. Ich muss mich wenigstens da nicht umgewöhnen. Glitzer habe ich hier aber nicht gesehen. Alice, Schuhe, schon wieder. Und schon ist der Ende Schuhe vorbei. Nicht gerade vielversprechend. Wie geht den Wolfsburg-Sahn irgendwie? 20% geil. P-Verteilung für Charrier. Irgendwie leveln die Titel jetzt voll schnell. Kommt, weil's noch die Anfangstitel sind, ne? Weil die anderen brauchen schon über Tausende. Die kriegt man natürlich jetzt nicht so schnell. Wann musste ich den Part eigentlich beenden? Ach du Scheiße, das waren 20 Minuten. Ja, würde ich einfach mal sagen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob wir die wirklich aufhalten können. Oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss. Tschüss.